Ein herzliches Moin Moin von Ostsee. Wir haben heute einen Strandtag, damit ein wunderbares Wetter ist, es so bis zu 25 Grad im Schatten werden. Keine Ahnung wie warm kalt das Wasser ist, aber kann ich euch dann auch sagen. Ja, ich freue mich, dass das Netz erzählt, meine Videos vor euch so gut ankommen. Ich möchte mal danke sagen, dass wir uns einschalten. Ja, bis gleich. Hey Leute, ich beende hier jetzt schon den Blog von heute, da ich noch was Wichtiges sagen muss. Deswegen muss der Blog auch heute so früh wie möglich eigentlich online kommen. Lieber Robert, ich wünsche dir alles, alles Gute zu einem zweiten Geburtstag. Viel Glück, Gesundheit, Spaß, Freude und alles was du dir wünschst. Ich bleibe wie du bist, ein kleiner, aufmerksamer Junge, mit dem man einfach mal lachen kann. Wir sehen uns ja am Samstag oder am Sonntag bestimmt wieder. Bis dahin. Tschüss. Dein Pascal. Und an euch auch. Tschüss bis morgen.